Ich habe meinen Sonnenbrand bekommen, mit den Schultern, weil wir die ganze Zeit in der Sonne gesessen haben. Das ist doch in Ordnung. Ja, das ist ganz schlimm. So, was war also der Grund für die ganze Reise? Was war das Ziel, das besondere Ziel, was man besucht, warum fährt man dort an der Küste lang? Genau, das besondere Ziel ist der Nordkap. Ja, das ist natürlich der nördlichste Punkt von Europa. Ja, den wollte ich ein bisschen besuchen und wir sind auch natürlich lang gefahren. Wir konnten auch alles ganz viel beobachten und sehen und es war natürlich sehr schön. Hast du denn auch dort ein Erinnerungsfoto geknipst und von dir knipsen lassen? Ja, ich habe sehr viele Erinnerungsfotos. Also ich mache keinen Urlaub ohne Erinnerungsfotos. Das muss sein, glaube ich. Man muss ja noch in 50 Jahren daran sich erinnern. Und wie war das Wetter an dem Tag? Oder ist es ganz weit irgendwo im Norden? Da ist es schon ziemlich kalt, also das Wetter war nicht so angenehm. Wir mussten eine Jacke anziehen, weil es da richtig windig und kalt war. Ja, aber das war es wert, auf jeden Fall. Dir. Vielen Dank.